wuhr vor hof 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 das ist aber schon ein wenig heftig den hätte man locker schaffen können aber noch kostet egal ob ich glaube ich das Spiel darf nicht springen ok was denkt wo es versteckt ist man weiß es nicht also ich weiß es nicht das hätte man hier ah da müssen wir es rein machen ja ja stimmt in irgendeiner Ecke hoppla ah komm her oder im Wasser hm ähm ja ich glaube auch so im Daumen tatsächlich und daneben ist da auch noch einer schau mal wo noch nicht fail schau mal noch mal ins Wasser da wo du warst ich glaube da war was was soll denn da gewesen sein ja rechts von dir also da wo das das grad war da oder doch das ist wiese voll das krasse gras voll das krasse gras kein Problem kein Problem wow hehehehe hör doch mal uff wenn da nicht nicht anfassen steht dann macht das auch und du sagst die jungen 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 ja warte ich hab grad echt nicht sehen wo es lang ging ja ich auch nicht du sagst du sollst auch äh stopp machen äh äh du bist zu hektisch das ist nah das ist ein Witz ne doch siehst du das ist kein Witz das ist ach komm ey das macht mir jetzt schon ein bisschen aggressiv hier machst du jetzt schon? na klar ja geht doch schon viel spaß und ciao das geht nicht das geht nicht du kannst nur so auf die Tasche draufklopfen he da würde ich halt nicht so fisch draufhauen da ist das ist ja echt so ja ne ui geht doch das kann was du hast he ich? du bist jetzt einmal runtergefallen nicht ich jetzt schon? hm ne ich weiß ich bin gut hm der beste so einfach hahaha uja jetzt hatte ich grad echt ein bisschen Herzflattern muß ich jetzt einmal echt zugeben Nee, ich komm da nicht rum. Woa, Entschuldigung, der musste raus. Ich hab doch nicht gefurzt ey. Es ist trotzdem störend. Boah, ey. Der Wahnsinn. Bloß weil du mir abklenkt hast ey. Wow, ich hab grad gar nichts gesagt, aber egal. Ich hab extra die Schnauze gehalten, dass du wieder nicht sagst. Äh. Ja komm ey. Das lenkt mich doch nicht an da und ab. Ja, ich bin leicht. Okay. Boah, ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Das ist jetzt echt nichts schwieriges eigentlich. Ja. Ich hasse Leitern. Ich auch. Ab dem heutigen Tage. Nee, schon überall Tage. Ich bin doch. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl, dass es nicht ganz runterfällt. Ja, da kann man von Glück sprechen. Ja ne, ist klar. Und? Auf den Toten. Boah. Aber wie funktioniert denn das eigentlich hier? Ähm. Wo kann ich denn da jetzt hinfahren? Egal. War da irgendwo ein Bett? Ja, vorhin. Ja, vorhin. Als du da leben lagst, was ich gesagt habe. Ja. Wie kann ich das noch nicht mehr tun? Es ist so, dass ich nicht mehr so ausaustelle. Wie sieht das jetzt aus. Es ist so, wenn du das sch reinkommstierst. Then wird sich der Öl das schreif. Ah, wie sieht der Öl das jetzt. So, das Ganze im Schnelldurchlauf. Ja, schön, das. Puch, puch. Wieso geht das jetzt so gut? Tja, Übung. Stimmt, du hattest ja ein Geflügung. Ein bisschen leichter wie der Mannschaft. Wenn ich jetzt runterfliege, dann kriege ich echt einen Austicker, also so richtig brutal. Ja, ja. Für die nächsten Part, du musst crafte Items, um die Tür zu öffnen. Du kannst nur die Items in der... Was? Was? Great. Okay. Dann machen wir doch eine Pressure Plate. Mach das. Sehr interessant. So, nachdem meine Laune jetzt eh schon am Boden ist, kann es ja gar nicht schlimmer werden. Das denkst du. You may not take Items from one room to another. Please place excess Items in der... mit inszenen Rathor das Super und zu sagen hier so fällig Kumpen so auf Mord dann läuft doch dann immer so schnell durch ja weil ich bloß weil du mir abklingt hast macht es doch nicht mit mir tell you when you shoppen, weißt du ja ja, du merkst hoppla hoppla, klar nee, hab keine look behind every single one dann machen wir das doch mal während ich hier gemütlich abfackel ja, endlich ja, ist schon vorbei ich hab hier glaube ich ein bisschen Grafikfehler gerade nein, kanns gehen so, und was sollen wir dahinter jetzt finden oh, halt mal ha na egal, jetzt machen wir das doch zum ersten Mal alles weg ja nur um zu schauen, ob da nicht noch eben was anderes ist so so sammeln wir das ganze hier noch ein und dann legen wir doch den Schalter hier oben um was für ein wunder die Tür ging auf Entschuldigung na, hast du ein bisschen Husten nein nein ja 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 was für ein witz aber glaubt man sich nicht gut ok das müssen wir natürlich nur noch die andere finden willkommen servus falsch gedacht tja haben wir zwei seiten also ist er nicht ah siehst du so dann werden wir jetzt nochmal die hässlichen Bilder los die schmeißt den Brunnen so was ist denn los ey man weiß es nicht da noch ein oder da noch ein oder auch innen checkpoint zum speichern jetzt wird doch mal ich möchte erst mal schilder lesen ganz anders an der konstruktion wenn sie interessieren okay dann fangen wir doch mal bei der ersten an ja muss das öffnen da da kannst du dich durch aber da hinten ist ne Kiste ja aber wie kommst du denn jetzt hin tja mit Käpfchen oh dann ja dann scheiterts bei mir ja ja ich weiß schon dann kann man das ganz klar ach gott 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 was soll denn das darstellen hier nein das ist schon ein wenig krank was ist das naja so kann man natürlich auch ein haus bauen dann schauen wir doch mal ha ha ein stone der mir was bringt nichts 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 damit könnten wir jetzt theoretisch eine Pressureblade machen ja das ja das machen schalter ja für was brauchen wir den schalter ja und hier auch für welche ja süß na dann äh boah komm ey kack mich nicht an ey doch kack mich nicht an aua so eine steintreppe das finde ich jetzt sehr interessant rauskommen fragezeichen nix da du musst ver frecken gammel du ha ha doch nicht nix u u u d d u u u u rein oder auch nicht immer erst da rein ja das war jetzt sehr gut nicht die Reihen auch nie hoch wie jetzt die reine ich will nicht und jedoch ein Jahr die Euro wenn es klar Doch, doch, du müsstest jetzt durch. Ich bin doch schon durch. Also schau, wenn du nicht zustimmst. Obacht.